hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode space engineers ja es sind jetzt nun gut vier tage nachdem wir unser update 1.190 bekommen haben mit dem dazugehörigen bezahl dlc decorative pack und da wir ja in diesem decorative pack ein neues cockpit bekommen haben das industrial cockpit habe ich mich gefragt wie können wir am besten daraus etwas neues erschaffen etwas was besser passt und da fielen mir gleich utility kraft sein das bedeutet also so mining und konstruktions kraft die wir für unsere raumschiffe im flottenverband oder im hangar halt benutzen können und da fangen wir jetzt auch gleich am besten mal mit an ja wir brauchen einmal unser hat und unser utility kraft oder haben wir jetzt hier schon in klein so einmal damit das auch schön aussieht hier ist unser cockpit so jetzt die schiffssysteme also ich verwende gerne ein oxygen generator weil damit beides hergestellt werden kann einen oxygen tank ist mir zu groß darunter packen wir dann auch gleich mal ein verbinder und dann verbinden wir auch das ganze noch mal mit dem cockpit da ich gerne noch was dahin zu bauen möchte nämlich halt auch die können wir ja blöcke selber dann dazu noch die gyroskope und wir holen uns gleich erst mal hier raus so ein bisschen was an an eis und packen das einfach hier erst mal hinein so jetzt haben wir soweit alles fertig jetzt fehlt uns nur noch die energie zum einen verwende ich gerne die batterien zum anderen auch die kleinreaktoren aber die benutze ich dann höchstens nur wenn es darum geht ja mal zwischendurch so ein bisschen so ein bisschen zu laden also das heißt immer auf laden zu stellen und dass er dann mal so ein bisschen energie tanken kann wenn er nicht irgendwo ja aufgetankt wird also nicht irgendwo angedockt ist so dann haben wir natürlich noch folgendes wir wollen ein mining schiff bauen wo wir die bohrer vernünftig sehen können also sonst hatten wir das in dem normalen utility craft cockpit so gehabt dass wir das immer so parallel auf gleicher höhe hatten und dass man die bohrer dann halt unterhalb einer bestimmten sichtlinie nicht sehen konnte so das haben wir hier jetzt so gesehen nicht das heißt wir wollen sagen wir mal so ungefähr in der höhe den bohrer haben also unterhalb dieser linie dass wir halt nach links und nach rechts noch wunderschön gucken können so deswegen lasse ich mir halt folgendes einfallen wir schalten erst mal den symmetrie modus ein wer es noch nicht weiß einmal mit m jetzt will er eben nicht weil ich dazu ein block brauche so einmal m ihr könnt natürlich alle achsen durchschalten dann einmal renner links klick dann n und dann noch mal in so habt ihr eure achse ja so jetzt können wir eigentlich auch schon unsere container bauen so die höhe müsste reichen und damit wir halt nicht zu viel platz verschwinden so so jetzt noch die blöcke genau und jetzt kommen wir zu den bohrern und da gucken wir jetzt mal ob sie noch weiter nach vorne müssen ich glaube glaube ja die muss noch mal weiter nach vorne so noch mal zwei und jetzt ja das sieht so viel besser aus so jetzt haben wir hier diese diese linie da unterhalb dieser linie sind sie wenn man sich mal da mit dem spektäter modus hinbegeben würde würde man genau sehen dass die obere kante hier mit dem dieser hier abschließt dann kommen wir auch schon zu dem wichtigsten und zwar die triebwerke die triebwerke bauen wir natürlich so dass wir uns nicht gerade im weg sind wichtig so da sind sie natürlich im weg so einmal da und jetzt einmal hier so haben wir jetzt nach bremsschub links rechts und jetzt fehlt uns noch etwas so das hätten wir so jetzt brauchen wir nur noch die da wollten wir sie eigentlich gar nicht hinhaben hier wollten wir sie hinhaben genau so jetzt passt so jetzt machen wir die triebwerke noch mal hier hin das sieht auch noch mal ein bisschen ein bisschen besser aus und bevor wir zur verkleidung kommen noch mal ein paar kleine schiffssysteme wie zum beispiel der ort detektor den klemmen wir uns mal irgendwo hin das würde ich am liebsten schon so frei lassen na doch dann kommt das mal den mal hier oben und dann zusätzlich hauen wir mal noch die antenne hinten dran so das wäre das so jetzt ist ja im endeffekt schon fertig ihr könnt euch jetzt noch entscheiden noch ein paar reaktoren mit einzubauen müsst ihr natürlich gucken wo am besten damit sie nicht gleich zu offensichtlich sind falls es gegnerische angriffe geben sollte falls ihr auf dem server spielt zum beispiel wie ihr seht sind diese triebwerke hier so ein bisschen offen die werden wir jetzt so ein bisschen umkleiden und ja dann werde ich mal gucken so und hier dann ach ja ich hatte ja eine neue tastatur da muss ich mich erstmal erstmal dran gewöhnen wie rum am besten also das ist immer so so ein bisschen so ein bisschen schande so das sollte so weit ganz gut aussehen wir wollen halt kein langweiliges raumschiff bauen also kein kein block wie wir es öfters mal gesehen haben in den meisten multiplayer spielen ja also falls ihr das nicht machen wollt dann schaut euch die blöcke genauer an das ist so mein tipp für alle anfänger schaut euch die blöcke an und guckt inwieweit ihr sie verbauen könnt oder inwieweit ihr designtechnisch was rausholen könnt so jetzt jetzt kommen wir halt zu dem nächsten das designtechnische da mache ich jetzt hier nur weil könnte auch sein dass es atmosphärenflug gibt oder soll es in atmosphäre benutzt werden soll deswegen ach mensch ach man immer muss man sich mit neuen systemen auseinandersetzen kann denn nicht mehr alles so klein kann es nicht ok so und das sieht so weit ganz in ordnung aus jetzt haben wir hier noch so ein bisschen so ein bisschen was das können wir auch noch ein bisschen umkleiden verkleiden damit es halt nach etwas aussieht so und ja genau und damit halt die ups die batterien nicht ganz so dolle zu sehen sind oder wenigstens ein bisschen geschützt machen wir hier einfach so ein kleines kreuz hin das lassen wir frei damit wir dann halt die ladeanzeige noch sehen können von außen ja na die batterien die schützen wir auch mal so kommen und schon haben wir im endeffekt das was wir haben wollten ein gut geschütztes für anfänger geeignetes mining schiff natürlich jetzt nicht so hoch spezialisiertes also ist nur für für den weltraum wenn ihr in der nähe von einem asteoriden seit für 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 den planeten da können wir extra noch mal gucken wie wir das am besten machen so sieht das gute stück jetzt aus ich hoffe mal das wird euch gefallen wenn ihr es dann ausprobiert ich sehe gerade hier könnte man noch mal ein bisschen was rausholen das dürfte dann auch besser aussehen ja das ist unsere kleine ja wir wollen was eigentlich nennen schreibt sie in die kommentare vielleicht habt ihr einen wunderschönen namen für unseren ein neues mining vehicle mining craft so screenshot ich hoffe ihr habt jetzt soweit gesehen wie man am besten das war jetzt so im schnelldurchgang mal wie man auf die schnelle mal ein utility craft baut im survival geht es ein bisschen langsamer da könnt ihr aber nochmal genauer überlegen wie ihr was wohin baut auf dem planeten ist es wieder ganz anders da müsst ihr ganz anders agieren mit den atmosphärischen triebwerken das schauen wir uns aber demnächst mal an falls ihr bock habt ansonsten habt ihr natürlich noch die möglichkeit mein kanal zu abonnieren mit dem kleinen glöckchen zusammen klingeln damit ihr auch immer schön informiert werdet wenn ein neues video hochgeladen wird oder ein stream läuft ja ansonsten war es das von mir für heute und dann wünsche ich euch noch alles liebe alles gute euer lord anubis ihr und 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 es Untertitelung des ZDF, 2020